Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Komm her du Hinschen, warte mal. Neue Folge, Roach Legacy. Ihr wisst Bescheid, ich weiß es auch. Noch ein Hinschen. Alles klar. Ja, und gehen wir auch da eben in die Sackkasse rein. Hey, was soll's. Wenn wir schon mal hier sein. Uiuiuiui. Ist auf jeden Fall wieder eine Menge Gold. So, heute machen wir die anderen beiden Bosse. Und dann, glaube ich, müssen wir Johannes nochmal machen. Und dann müsste doch rein theoretisch das Siegel da activation sein, oder? Also, so gehe ich von aus. Oder erst mal Feuer-Activation. Das ist ein Mitter-Junge. Weiß es nicht. Also, wir waren auch noch nicht einmal knapp mit MP, ne? Auf die Bilder habe ich jetzt keinen Bock. Ich kann auch nicht nochmal alles töten. Ich will doch einfach nur zum Boss. Ist das denn so schwer? Ich glaube, ja. Zu viel verlanden. Einfach zu viel verlanden. Einfach zu viel verlanden. Geek. Oh no. Oh no. Oh no. Hey, du bist böse? Böse Kiste, du. Bringt fort. Du ungetüm. Schön auf den Arsch. Bam, 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 bam. Oh, Mann. Hey, hier oben ist nicht mal was. Das ist getrochen. Gut. Gut, dann wollen wir da mal nach rechts. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Ich bin froh, dass ich kein Wadaboo kann. Wadaboo. Wadaboo. Wadaboo, Wadaboo, Wadaboo. Ah, jetzt sind so viele Gegner. Oh, mal. Auf das Bild habe ich keinen Bock. Also Kissen kriegen wir ja echt eine Menge, ne? Da muss man ja nicht einschreiben. Aber... Es ist immer nur Geld. Geld. Ich brauch doch gar kein Geld. Ich bin doch schon Millionär. Das ist auch schon mal eine Kiste. Ich bin nur froh, dass wir so viel Mana haben. Ich bin nur froh, dass wir hier einfach ein nach den anderen wegbrochen können. Auf Zeitstopp. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Folgen Zeitstopp. So ein paar, ne? Also so ein paar sind wir schon, oder? Ich glaube, ich habe schon so sechs Folgen oder so, glaube ich, bin ich schon so. Aber es funktioniert, ja. Es funktioniert. Das ist es, ja. Funktioniert so gut in allem. Oh, da unten ist ja noch so ein komisches... Ach, da ist noch so eine blöde Kiste. Ah, hier ist auch noch so eine blöde Kiste. Ach ja, da ist noch diese Kiste. Das ist auch scheiße, ja. Hier noch ein Leben, dann auch. Nur weil ich hier mal gegenlaufe. Ja. Wenn wir als ein zweifacher Millionär noch... Nee, ne? So, den Boss habe ich mal wieder nicht gefunden. Wah? Der ist ja unten rechts, die Sau, ey. Sind wir hier? 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 Ja, aber ein Segen. Oh, da ist er! Der is er! Der is er! Wir brauchen doch noch eine Münze. So, so. Das heißt, wir müssen die Münze ja erst mal abgeben, dann. Das heißt, wir müssen die ja erst mal abgeben. Ja, aber diesmal werde ich halt nicht, ähm, ihn töten, oder? Wir müssen ja erst mal die Münze abgeben. Das müssen wir ja wieder alle vier Bosse machen. Ja, mach doch, ich hab gar kein Problem. Haben wir mehr Folgen? Ja, nö. Das Let's Play soll ja jetzt endlich zum Ende kommen. Aber warum? Ja, weil wir Ende sind. In dem Gelände. 81 Folgen, was willst du mehr? Ich will... Ja, was willst du? Ja, ich will... Ja, was denn? Ja, ich will... Was willst du? Ich will... Ja, ich will auch so viel wissen. Ich will den Boss jetzt hier plätten machen. Plätten machen. Man steht eh los. Oh, ich bin so froh, dass wir den Siegel sofort hatten, ne? So. Und jetzt gib ihn. Da, 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 da. Komm, geh tot. Hop, hop. Bum. Ja. 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 Und wir kriegen... 80 Leben und 8 Stärke. Wir haben schon fast 1000 Leben als Magier. So, letzter. Äh, da können wir am besten ja hier lang gehen, oder? Hier den Waldweg. Ja, komischerweise mit dem Turm verknüpft ist. Oh no. Oh no. Ich bin jetzt einfach nur noch zum Boss. Wie ist das denn so schwer? Kann doch nicht so schwer sein. Kann doch nicht so schwer sein. 100.000 müssen wir dann ja wieder abgeben, wenn wir wieder rein wollen. Und wir ja erstmal die Münze abgeben müssen. Ist so ärgerlich. Und wenn wir zwei Millionen jetzt haben, müssen wir eine Million davon weggeben. Oh man. Oh, da ist er. Sehr gut. Direkt gefunden. Gott sei Dank. Oh, da ist er. Ja. Oh. Oh. was steht da oben steht da steht aber kritisch kritisch schön auf den kopf schön auf deinen kopf schön auf deinen kopf schön auf deinen kopf dann haben wir es wieder einmal geschafft alle vier bosse mal eben nur zack boom bang weg aber mit zeitstab ist das ja auch jetzt gar kein problem so finden wir hier noch ein bisschen mann so dann gucken wir mal ob wir da jetzt zu weinen können oder erst die münze abgeben müssen wahrscheinlich müssen wir erst die münze abgeben und dann werden wir mit absicht sterben mit absicht sterben dass wir die münze abgeben können ich glaube es ist besser wenn wir erst mal sterben tüte mich tüte mich 66 nur wenn ich auf die rum springe auch nur da macht das ding ja mehr schaden 193 und nein ich bin gestorben auch schande soll über mich herrschen so was nehmen wir denn wir nehmen natürlich den erst mal ja natürlich nehmen wir den erst mal ja nein wir haben keine zeit die dinge sind stoppt da haben wir uns abgegeben jetzt ist die frage kommt jetzt direkt oder müssen wir erst wieder oder danach erst oder wie läuft das jetzt falls wir den jetzt überhaupt schaffen oder die und der nerven sich war erstmal die sachen jetzt hier einsammeln ich hab mein bestes gegeben leute und was ist jetzt mit den dingsen was wir da haben den obolos und den medaillons und so ach komm schon ach man wie läuft das denn jetzt auch man schon wieder alles auch was muss ich mir jetzt machen ich dachte ich muss ihn töten naja ich hatte das wieder raus wir sehen uns gleich wieder und ich danke natürlich auch allen mein fans sie ja da sehr fleißig zugeschaut habt so und jetzt mache ich das acht jetzt hier machen und schon wieder 400.000 abgeben verstehe ich das tor noch nicht öffnen ich weiß nicht was ich machen muss das war wirklich eine menge schläge hier gerade naja wieso soll die einfach verloren haben aber zeitlupe werden wir glaube ich lieber zeitlupe sei schon wieder ja was ist denn das hier im raum tot jetzt sehen wir aber nicht was die haben ich nehme wieder den nein schon wieder nicht und wir müssen jetzt jedes mal so viel geld geben die haben gleich kein gold mehr wie ruft man den denn jetzt und jetzt dann mache ich ok ja mann immer das ich verstehe ich das nicht verstehe ich das nicht ich verstehe ich das nicht ich verstehe ich das nicht 18 Rüstung nett hier ist hier ist der boss schon wieder so Münze haben wir abgegeben dann sollen wir doch jetzt hier den boss machen mal wieder ich glaube ich alles jetzt hier mit meinem chakra machen muss so da ist der boss auch schon wieder weg die anderen schaffe ich alle nicht bestimmt die anderen werde ich nicht so easy schaffen oh hä warte mal da ist er johannes wo was ok 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 die sind zu zweit das sind wieder ok 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 da müssen wir das ganze gold jetzt investieren bumm aber wir haben ja nicht mehr so viel gold manno wir haben nicht mehr so viel gold nicht mehr so viel gold kleide ok letzter versuch sonst erst nächste folge Okay, okay, warte Jawohl Der eine Jawohl Der andere Was kriegen wir? Medaillon freigeschaltet Du hast die versteckten Künste von Johannes dem Verräter entdeckt Möge sich alle vor deiner Macht verneigen Was heißt das denn jetzt? Was heißt das jetzt? Okay Ups Entschuldigung Was ist das denn jetzt? Und wieder weg Sind wir hier stärker geworden oder so? Ja, dann würde ich sagen Das finden wir am besten in der nächsten Folge raus Ich werde nächste Folge werde ich einfach mal zum nächsten Bus rennen Gucken was passiert wenn wir da den besiegen Sollten wir ihn besiegen Ich habe keinen Zeitstopp Und dann Falls wir sterben werden wir auch sehen was da draußen passiert Also unbedingt wieder einschalten Bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal